nein man ich wollte wegen des sie wieder mit mausrad drauf zu und bin dann raus gesprungen was ist los mit dir und ich verwechsel die ganzen steuerung weil ich so lange kein popg mehr gezockt habe ich wollte drauf so meine sicht so wie man das in des sie macht und mausrad womit man in der sie so ist bei mir halt aktionstaste okay weiter mein gott so lange nicht mehr gezockt den scheiß ich verwechsel jede steuerung mit den ganzen variety sachen zocken hat der erste spieler von nein warum warum biegst du denn jetzt nach rechts du bist eine minute geradeaus gefahren und dann wenn ich raus springen biegst du nach rechts ab warum ich wusste nicht dass du ausgestockt mann ey man ist schon zweimal tot die runde hat noch nicht mal einen gefangen alter oh mein gott ey genau in dem moment ey ich hasse mein leben ich habe sprit gefunden eine gute sache erst mal hoch aber wenn ich das nächste mal tot bin dann war es das schon wieder direkt tot die ganze zeit fertig geradeaus und dann springe ich raus und dann wiegt die nach links ab alter also auch come on immerhin habe ich schon wo wenn das ein win wird die karine ja ja stimmt ihr wollt ich ja mit v kann die ganze steuerung nicht mehr wenn du gleich ein boost findest dann äh kannst mir geben ein boost schön aber wieder gibt es ein clip mit beiden fails sauber klart habe ich wieder was für social media nachher und für den discord leute ne ihr erinnert euch erinnert euch diese sache die da war mit clips und discord perfekt ich habe schon zweimal spritte karine also wenn wir was finden dann haben was hast du ein boost ne aber ich kann ne ne dir meine sanitaschen gehen aber nee das ist das wird ja ja die bringt mir ja nicht mal was ach so meint geht oder was schon lange im discord was gerade so die 60 sekunden warum lichter spritt ja das ist nicht von mir doch ich hatte das in der hand aber das war auf diesem scheiß slot wieder es gibt doch jetzt einen komischen neuen slot dafür wahrscheinlich hier ist ab hier sind gleiter aber wir haben halt gar keinen gar kein lud so ne hier ist eine m16 und fünfer muni unten alter können wir denn überhaupt noch fliegen aber wir müssen jetzt erstmal weiter looten du kannst das noch willst du fliegen ich kann ja mal kurz was mit meiner mauseinstellung klar wo looten wir denn jetzt erstmal noch bei zaki also außerhalb können wir machen ja gleich noch mal mit dem aus ja 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 ich hab nämlich gar kein bus das ist so null Ja, jetzt wird erst mal Blue getankt, ey. Sudler moin. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Da kommen wir jetzt. Okay, ich hoffe, ich kriege die Landung noch hin. Okay, ich hoffe, ich kriege die Landung noch hin. Hier ist ein Tech-Stalk. Wenn ich dir irgendwas mitbringen soll, ne, dann musst du das sagen, Ikari. Ich bräuchte Booster. Ja, die bräuchte ich auch. Ich hab gar keinen. Aber brauchst du so irgendwas an Muni oder irgendwelchen Attachments? Ne, da bin ich fein. Ein Scope wäre noch nice, ein 3er, äh, ein 4er. Alles ab 4er wäre nice. Ja. Genau die Sachen, die ich auch brauch. Hä, hab ich nicht ein Red Dot draufge... Hä, wo ist denn mein 3er Scope jetzt sehen? Oh nein, das ist jetzt noch auf meiner anderen Woche. Achso, ein 2er Helm müsste ich auch, falls da eine Halle einer ist. Ja. Hä, wo ist mein 3er Scope hin? Verdammte Scheiße. Hier liegt nur eins. Ich bin auf jeden Fall gleich tot. Hast du nichts zum Heilen? Nein. Ähm, hier auf der Straße... Ich hab gerade fürs Aid gefunden, aber... ...muss ich halt nehmen. Ja, aber muss ich halt schon nehmen. Achso, ja gut, dann droppe ich dir hier in eine Sanitasche auf der Straße. Okay. Markier mal mit. Und hier in der... Hier. Wie markiert man noch mal? Mit einfügen oder so, glaube ich, einfach. Einfügen, einfügen. Weil es markiert ja hier auf der Straße. Nice. Und hier im Haus noch ein 3er-Wies. Ne, 3er hab ich. Oh, ehrlich, nochmal Sprit. Brauchen wir nochmal Sprit? I don't know. Oh, 3er-Wiste. Oh, come on. Gib mir doch mal Evo ein Boost. Mini. Geil. Mit der Mini kann man richtig gut vom Flugzeug ballern. Die ist schön schnell. Die ist schön schnell. Wie? Barrel ist immer noch gut? Echt? Ich dachte, die haben die so genervt. Aber ich treffe mit der Barrel jetzt nichts mehr wahrscheinlich. Solange hat kein PUBG mehr gezockt, Alter. Ich krieg 100... Ich krieg 100 pro das Spray-Pattern von der nicht mehr hin. Hey, Liebling. Hey, hier ist es auf. Alter, was? Der hat den Extended Quickdraw liegen. Pair. Wieso finde ich keine Highline? Wir müssen nachher mal los, glaube ich, leider. Und ich habe nichts gefunden. Zweiher Helm ist hier bei mir drin. Wenn du den noch suchst. Barrel M4 Scar. Na gut, ey. Scheiß jetzt drauf. Jetzt bin ich nicht mehr wählerisch. Da liegt auch noch ein Helm. Hier oben und unten liegt ein Helm. Mein Gott, ich finde nirgendwo was zum Heilen. Ich habe keine... Ein Boost. Ein Energy. Wenn ich einmal down gehe, vor allem außerhalb der Zone, dann bin ich innerhalb von vier Sekunden tot. Dreierweste hier bei mir. Hast du gehört, die Kari? Sorry, bin mute. Wollen wir nicht los? Ja, ich muss mich jetzt aber erstmal noch ein bisschen hochheilen. Hier ist eine K. Oder eine Mosin halt. Dreierweste hast du genommen? Hier, Muni. Richtig viel Muni. Oh shit, nee. Ich brauche Fünfer Muni, wenn dann. Ja, hier liegt noch. Oh, ich bin recht tot! Wack, 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 wack. Bandage. Ich bin tot, ich bin tot, du musst mich hochholen. Ah, scheiße. Ich habe nicht aufgepasst. Das ist auch eine Flocke. Ich mache so viel Damage, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich kann dich, ich sterbe ja gleich auch. Nimm dir direkt eine Bandage. Ja, es dauert so lange, dich hochzuholen. Nimm dir eine Bandage sofort. Oh mein Gott, jetzt eine Sekunde mehr und ich wäre tot gewesen. Musst du darauf achten. Ich bin beim nächsten Mal, in dem ich down gehe. Ja, lass bitte losgehen. Das ist mir jetzt skant hier, ey. Ja, aber ich kann mich nicht heilen. Ich habe jetzt einen Medkit. Ja, aber wir müssen jetzt los. Wir haben keine Wahl. Komm, wir müssen erstmal noch nach da runter laufen. Ja, komm, komm, komm. Na, was eine Scheiße, ey. Kann nicht sein, dass ich nicht meinen Koffer hier finde. Ich habe jetzt nur noch zwei Koffer und zwei Energies. Hast du das Medkit genommen, das ich hingelegt hatte? Ja, ja, das habe ich genommen. Musst du uns jetzt ein bisschen beeilen. Halb tot, wenn wir ankommen, ey. Ja, ja, sicher. Wir können es auch nur bandagieren im Flugzeug, ne. Also boost dich schon mal voll. Du musst fliegen, Ikari, weil ich habe keine Boosts. Also nur einen. Was? Oh mein Gott. Du musst dich voll boosten, bevor du fliegst. Dann müssen wir los, weil das Gleiche ist halt schon die dritte Zone. Wieso sind wir hier gelandet nochmal? Ja, ey, ich meine, kann man ja auch nicht riechen, dass hier nichts ist, ne? Oh mein Gott, wir sind so heftig am Marsch. Okay, 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 okay. Ey, ich muss mich erst mal hochheilen. Ey, ich muss jetzt erst mal meine Tasche nehmen. Wie soll ich jetzt hier fliegen? Musst du. Okay, mach, mach, jetzt komm rein. Du kannst es nochmal umdrehen. Ey, ich muss mich erst mal heilen. Okay, jetzt komme ich. Ja, jetzt. Jetzt kannst du los. Ein bisschen nach links, genau. Fahr bis 70 und dann kannst du so hoch, ne. Hikari, was machst du? Hikari, was machst du? Komm mir niemals im Leben an. Nein. Du musst erst mal auf 70. Nimm die Straße. Nimm die Straße. Ja, chill mal. Nein, dann gibt es jetzt. Ja, hoch. Hoch, hoch, hoch. Hier sind Bäume. Hoch, zieh. Rüdiger. Rüdiger, nicht so tief. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir es. Okay, jetzt einfach volle Pulle rein, ey. Gott, ist das anstrengend. Keine Kapriolen hier, Hikari. Man, die Zone zieht so viel. Ich bin gleich tot, ne? Ey, wir können nicht switchen, oder? Nein. Mann, wen gehart, ey. Die Runde hat so viel Spaß gemacht. Wenn die Zone ankommt, zieht die noch mehr, das weißt du, ne? Dann zieht die noch mehr. Du musst landen und dich heilen, Hikari, wenn du noch First Aid hast. Hier an der Straße. Wie, mach doch mal den Dings aus, den Motor. Ah, ja, weiß ich nicht, was denn. Mach aus. Weiß ich ja nicht, was dein Knopf ist. Ich hab Kuh. Ich weiß nicht, was du hast. Z. Hikari, mach den scheiß Motor aus. Und jetzt drück Leertaste. Komm auf. Drück auf und drück Leertaste zum Stoppen. Ja. Oh mein Gott. Oh, was ist denn jetzt hier passiert? Ich bin ausgenockt. Nein, Hikari, was ist das? Wie sollen wir denn hiermit weiterfliegen? Hallo. Ich bin ausgenockt. Oh. Wie sollen wir denn weiterfliegen jetzt? Keine Ahnung. Wie kann ich Verbände benutzen? Ich hab richtig gemacht, aber das nicht funktioniert. Ja, musst du jetzt, beeil dich. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Wir kriegen das Ding nicht weg. Ich hab ne Nate, aber dann ist das kaputt. Vielleicht haben wir hier noch ein Auto. Bitte mach's ganz. Bitte. Er darf nicht so nah dran, sonst. Och Mann. Ja, es darf nicht nah dran, dann ist das Ding direkt kaputt. Warte, geh weg. Nein, du kannst doch nicht auch reinwerfen. Das ist ja gar nicht so viel Leben. Oh, das bewegt sich gar nicht. Oh mein Gott. Ich bin tot. Wie hast du das denn hier auch geparkt? Wie weit wir sind von der Zaune. Mein Gott. Wie, was ist das auch, Hikari? Mann. Toll, was ne Runde, Alter. Richtige Ratsmotte. Wir sind 8 da, Hikari. Wir sind 8 da. Wieso? Top 10. Wir haben zu lange gebraucht. Mein Gott. Wir hätten das noch schaffen können, wärst du richtig gelandet, ne? Das möchte ich jetzt mal nur anmerken. Dann hätten wir das sogar noch scha... Doch, dann wären wir noch reingekommen. Hast du gesehen, wie lange wir jetzt gerade noch gelebt haben, Hikari? Das kannst du knicken. Nee, in der Zeit, wenn wir... Ja, weil wir uns gegen geheilt haben. Ja, das... Nein. Diese Runde geht auf deine Kappe. Hikari, das hätten wir noch geschafft, wenn du den nicht gecrasht hättest, Alter. Das hätten wir geschafft, wenn du nicht so weit weg geflogen... Nein. 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 Nein.